Klosterkamp ist eine ehemalige Abtei auf dem Gebiet der Stadt Kamp-Lindfort. Es wurde 1123 gegründet und war das erste Zisterzienserkloster im damaligen deutschsprachigen Raum. Die Klosteranlage liegt auf einem Hügel, an dem südlich der historische Kanal Vosser-Öignianer entlangführt. Abteikirche über den ersten Kirchbau der Abtei ist wenig bekannt. Der erste Bau soll in den Jahren 1150 bis 1182 errichtet worden sein, vermutlich im romanischen Stil. Die Aussagen über eine Ausstattung dieser Kirche mit einem Querhaus sind widersprüchlich, in jedem Fall spekulativ. In den Jahren 1410 bis 1415 wurden an der Kirche Veränderungen vorgenommen. Im Jahre des Herrn 1410 wurde das Kirchengebäude erneuert, mit großen Kosten in die Höhe gezogen und mit einem neuen Schutzdach versehen. Im nachfolgenden Jahr wurde sie in Richtung Westen um eine Länge von 25 Fuß vergrößert. Anführungszeichen Im Zuge dieser Maßnahmen erhielt die Kirche einen rechteckigen geschlossenen Chorraum. In nördlicher Richtung wurden Kapellen angebaut. Die Baumaßnahmen wurden im gotischen Baustil vorgenommen, auch für diesen Bau ist ein Querhaus nicht nachgewiesen. Diese Kirche wurde mit der gesamten Klosteranlage im Zuge des Truchshersischen Krieges zerstört. Im 17. Jahrhundert wurde ein Neubau errichtet, und zwar auf den Grundmauern der alten Kirche und unter Berücksichtigung des teilweise erhalten gebliebenen Sanktuariums. Der Baustil dieses Neubaus ist der Gotik nachempfunden. Mit den Altären, dem Chorgestühl, einigen Skulpturen und der Orgel erhielt die Kirche eine barocke Innenausstattung. Unter französischer Herrschaft wurde das Kloster 1802 säkularisiert. Die ehemalige Abteilkirche wurde Pfarrkirche und wird seitdem als solche genutzt. Während viele Kunstschätze die kostbare Bibliothek mit zahlreichen Handschriften sowie Gemälde verloren gingen, blieben ein Teil des Gotikstühls, die Kanzel, einige Skulpturen und die Orgel erhalten. Die beiden Zwiebeltürme an der Ostwand sind ein markantes Zeichen, ein für Zisterzienser Kirchen jedoch völlig untypisches, lediglich dem barock geschuldetes Bauelement der Kirche. Das gilt auch für den kleinen Glockenturm auf dem Mittelschiff der Kirche, der mangels eines Querhauses den für Zisterzienser typischen kleinen Dachreiter auf der Führung des Hauses ersetzt. Ein Turm am Westwerk fehlt diesmal in Übereinstimmung mit der zisterziensischen Enthaltsamkeit von Prunk. Im Nordosten schließt sich eine sechseckige Marienkapelle aus dem Jahr 1714 an. Klostergebäude Vom ehemaligen Kloster sind neben der Kirche nur zwei weitere Gebäude erhalten geblieben. 1. Der südöstlich der Abteikirche gelegene Backsteinbau, der als einziger noch als Klostergebäude erkennbar ist und daher heute allgemein als Klosterkamp bezeichnet wird. Die obere Etage nutzten die Zisterzienser ehemals als Infirmarium. Im Truch-Sersischen Krieg wurde das Gebäude zerstört. Nach dem Westfälischen Frieden wurde das Haus auf den alten Fundamenten und den erhalten gebliebenen Grundmauern wieder errichtet. Es diente nach der Säkularisation als Pastorat. Von 1954 bis 2002 nutzte es der Kameliter Konvent als Kloster. Der im Erdgeschoss gelegene Orkokosal und der Gewölbekeller werden heute als Veranstaltungsorte genutzt. 2. Der westlich der Abteikirche gelegene Rest der ehemaligen Prälatur aus dem 18. Jahrhundert. Das Gebäude befindet sich heute in Privatbesitz und ist durch seinen später angebrachten Außenverputz nicht mehr im Originalzustand erhalten. Die Klostergärten, die Gärten des Klosters Kamp stellen eine neue Gartenanlage in barocken Strukturen dar. Errichtet ab den 1980er Jahren bis ca. 1991. Sie sind eine Anlage nach historischem Vorbild auf historischem Boden nach einer authentischen Vorlage, einem Kupferstich von August Querfurt und Ernst Ludwig Kreiter aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Anlage zählt insgesamt vier Gärten mit den folgenden Bezeichnungen, Terrassengarten, Barockgarten, Altergarten und Obstgarten. Mit der Wiederherstellung wurde der Versuch unternommen, Mosaiksteinchen barocker Gartenbaukunst an ihrem traditionellen Ort wieder in ein geschlossenes Bild zu integrieren. Die wiedererrichtete Gartenanlage wurde 2004-2005 als herausragendes Beispiel in die Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas aufgenommen. Terrassengarten Der Terrassengarten, am Südhang des Kamperberges gelegen, gründet in einer Anlage, die von den Kamper-Zisterzienser-Mönchen nach dem Dreißigjährigen Krieg errichtet wurde. Gestaltet wurde der Garten von Benediktus Bücken, Mathematiker und Baumeister und Mitglied des Konvents der ehemaligen Zisterzienser-Abteil Kamp. Bücken verwendete als Vorlage für die Anlage die Architettura des Sebastiano Serlio. Danach erhielt der Terrassengarten fünf Terrassen, die obersten vier in Koncavert, die fünfte und unterste in konvexer Form. In Folge des Wechsels von Koncavert zur konvexer Formgebung entsteht auf der untersten Terrasse eine Arena, ein Blumengarten mit Springbrunn. Mittig des Gartens legte Bücken eine Treppenanlage, die sogenannte Schöne Treppe, an. Die Schöne Treppe war mit wertvollen Skulpturen auf ihren beidseitigen Postamenten geschmückt, die mit dem Untergang des Klosters infolge der Säkularisation verloren gegangen sind. Auf den vier Treppenpostamenten der unteren Terrasse wurde 2010 ein Sonnenur-Ensemble installiert. Barockgarten südlich an den Terrassengarten schließt sich der horizontal gelegene Barockgarten an. Mit dem Terrassengarten ist er durch die in einem geschwungenen Doppellauf endende Schöne Treppe verbunden, die hier eine hohe Brunnenwand einschließt. Der Barockgarten ist in 16 rechteckige Felder, davon vier traditionelle Schmuckfelder, gegliedert. Im Osten, Süden und Westen schließen sich weitere Felder mit Randbepflanzungen an. Das Zentrum des Gartens bildet eine Rundbrunnenanlage mit integrierten Wasserfontänen. Im Norden des Gartens sind zwei Orgerien symmetrisch angeordnet. Die ursprüngliche Anlage erfolgte ebenso wie der Terrassengarten durch die Zisterzienser nach dem Dreißigjährigen Krieg. Die Gestaltung übernahm ebenfalls Benediktus Bücken. Alter Garten und Obstgarten Der alte Garten ist ein östlich des Kamperberges gelegene regelmäßige Anlage, die strukturell dem Barockgarten ähnelt. Für den in 16 quadratische Felder gegliederten Garten wurde 2012 ein Farbkonzept für die Bepflanzung realisiert. Die im 20. Jahrhundert neu angelegte Bundesstraße 510 überdeckt jedoch rund ein Drittel des ursprünglichen Gartens. Auf der Nordostseite des Kamperberges besteht der Obstgarten mit unter anderem Pflaumen, Apfel- und Kirschbäumen, Sonnenuhren im Terrassengarten. 2010 wurde auf den vier Treppenpostamenten der unteren Terrasse eine astronomische Sonnenuhr in Form von vier flachen Pyramiden mit jeweils drei Zifferblättern installiert. Diese Sonnenuhr stellt die Zeitanzeigen der Antike und des Mittelalters, die klösterlichen Gebetszeiten und die moderne Zeitrechnung MEZ und MESZ dar. Die Schattenwerfer der Sonnenuhr haben die Form der im Terrassengarten angelpflanzten und spitzkegelig zugeschnittenen Ligusterbäumchen. Punkt. 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 Orgel Die Zisterzienser ließen in ihren Kirchen zunächst keine Orgeln zu, denn dieses Instrument galt als zeitnisch. Der Gesang der Mönche, der gregorianische Gesang, ist einstimmig und unbegleitet. Erst nach dem Aufkommen der Mehrstimmigkeit im hohen Mittelalter fand auch die Orgel den Einzug in das Gotteshaus der Mönche. Unter dem Abt Henrikus V. von Kalka wurde ein neues Instrument aufgestellt. Die Kampa Chronik schreibt dazu, im Jahre 1495 wurde eine neue Orgel in der Kampa-Klosterkirche aufgerichtet. Anführungszeichen Aus diesem Text ist zu ersehen, dass schon vorher eine Orgel in der Klosterkirche gestanden hat. Diese wird aber im Ostchor hinter dem Lettner ihren Platz gehabt haben und wahrscheinlich tragbar gewesen sein. Wann erstmals ein Instrument dieser Art in der Kirche stand, ist aus der Chronik nicht mehr zu ersehen. Der heute noch vorhandene Prospekt mit der damals neuen Orgel wurde unter dem Abt Wilhelm Minus Nov III aus Rheinberg errichtet, der auch die Marienkapelle im Jahre 1714 erbauen ließ. Der Orgelbauer war vermutlich Johann Josef Brammerz. Die mit dem Wappen des Abtes geschmückte Orgelbühne ist sehr gut erhalten und die beste Rokoko-Arbeit der Kirche. Das genaue Entstehungsdatum ist nicht überliefert. Die Felder der Brüstung, die feste Balustrade, trägt feine und zierlich durchbrochene Arrohabesten mit großer Bewegtheit und reicher Mannigfaltigkeit. Das Material ist reines Eichenholz, auf dem Geländer der Brüstung sieht man Weinlaub und Trauben gekrönt mit Rosen. Das Instrument bestand aus einem von der Südseite spielbaren zweimanualigem Werk mit angehängtem Pedal. Zu beiden Seiten bekrönen Vasen das Gehäuse und oben aufsteht die Figur des König David mit der Harfe. Ein vergleichbares Instrument findet man am Niederrhein, beispielsweise in St. Nikolaus-Geldern-Wahlbeck und in St. Nikolaus-Brügen. Da das Instrument nach 200 Jahren vollständig unspielbar geworden war, ist es im Jahre 1905 durch ein neues Werk der Firma Tibus aus Rheinberg ersetzt worden. Dieses Orgelwerk hatte eine pneumatische Traktur. In den 1960er Jahren bekam die Firma Fleiter aus Münster den Auftrag, das Instrument umzubauen. Sie ersetzte die Pneumatik durch eine elektrische Traktur und die Orgel bekam einen neuen Spieltisch. Unter den Restaurierungsarbeiten der Kirche in den 1970er Jahren hatte das Instrument wiederum stark gelitten und wurde erneut unspielbar. 1978 bekam die Firma Gebrüder Stockmann den Auftrag, eine neue Orgel zu bauen. Das heutige Werk besteht aus drei selbstständigen Teilwerken. Dem Hauptwerk, dem Unterwerk und dem Pedalwerk. Das Instrument bekam wieder eine mechanische Traktur. Koppeln, zwei IIP, zwei P, Spielhilfen, zwei freie Kombinationen, eine freie Pedalkombination, Absteller für Zungen und Mixturen. In einer Kellnerei-Rechnung des Jahres 1667 steht zum Vorgänger Instrument. 5. April ist Computer wie präsente Frater Andrea Culinario mit Meister Hubert dem Schrenwirker von allem seinem Verdienst. Sohe er am Orgelskast zu machen verdient. Welcher Kast an ihm zu machen von Kellner Polinius Ferry Greistaler verdungen Gewäst frängelt. Das Holz und Allmateriale hat das Kloster verschärft. Darauf ich ihm am heutigen Tag schuldig bleib 37 THLR 6 und ein Halbstüb. Das Abder hat er von mir bekommen, wie solches sein praktikuler Rechnung aufweist. Hier wird auch Bernhard der Organist erwähnt, welcher als Jahresgehalt 20 ReichstHLR erhielt. Auch im Jahre 1708 wird genannt Wilhelm, gewesener Organist zu Kemp. Geschichte Gründung am 23. Januar 1123 wurde von Friedrich I., Erzbischof von Köln, die Stiftungsurkunde für das Kloster ausgestellt und dieser beauftragte seinen Bruder Arnulf aus dem Zisterzienser Kloster Morimont in Frankreich, das Kloster zu gründen. Heinrich, ein weiterer Bruder, machte sich mit einer Gruppe von zwölf München auf den Weg an den Niederrhein. Am 31. Januar 1123 wurde das Kloster errichtet. Die Mönche brachten unter anderem Reliquien auch ein Stück der Schädeldecke der heiligen Agatha mit, die heute noch in der Klosterkirche aufbewahrt wird. Papst Innocenz II. bestätigte die Stiftung der Abtei-Camp 1139. Da die Zisterzienser ihre Niederlassungen normalerweise in Tälern oder Ebenengebieten errichtet hatten, wird vermutet, dass ihre erste Niederlassung ganz in der Nähe des späteren Klosters errichtet worden war. Unter dem zweiten Abtei-Oderich wurden landwirtschaftliche Betriebe unter anderem in der Nähe von Kalkar und Würde errichtet. Laut Regel des Zisterzienserordens musste jedes Kloster einen eigenen Weinberg besitzen, den Kamp als Weingut in Moselweis bei Copelands besaß. Nachdem sie das Gut 1355 wegen finanzieller Schwierigkeiten verkaufen mussten, legten die Mönche im Süden der Kirche einen Weinberg an. In einer Chronik von 1483 ist mehrfach über diesen Wein zu lesen, dass er mit Reizen gegeizt haben soll. Der Kampa-Wein bereitet am Tisch nur Pein, Erbauung auf dem Kampa-Berg und Töchtergründungen. Das ganze Gebiet war zu damaliger Zeit allerdings noch Sumpflandschaft. Unter dem dritten Abtirat wurde daher mit dem Bau der Klosteranlage auf einem ganz in der Nähe liegenden Hügel, dem Kampa-Berg, begonnen. Damit ist es das einzige Zisterzienserkloster gewesen, welches auf einer Anhöhe erbaut worden ist. Sechs Jahre nach der Gründung wurde schon das erste Tochterkloster Walkenried im Harz gegründet, 1132 folgten Volkenroder in Thüringen, 1135 am Melungsborn am Sölling, 1140 Hadehausen in Westfalen und 1146 Michaelstein ebenfalls im Harz. Vom Klosterkamp gingen 15 Tochtergründungen direkt aus, wobei für den Osten das Kloster Neuz-L eine besondere Bedeutung hatte. Auf dem Höhepunkt standen 60 Klöster und weitere 24 Non-Klöster unter direkter Aufsicht der Kampa-Ebte. Ende des 13. Jahrhunderts erreichte das Kloster unter Abgieselbad seinen Höhepunkt mit Besitzungen unter anderem in Köln, Koblenz, Neus, Uerdingen, Rheinberg mit dem Kampa-Hof, Utrecht, Eichen und Niemegen. Von den Höfen ist nur noch der in Rheinberg erhalten. Im Spätmittelalter war das Kloster wohl das bedeutendste des ganzen Zisterzienserordens. Ein Meisterwerk aus der Zeit, die 1312 entstandene Kampa-Bibel, befindet sich heute im Besitz der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Renovierungen am Anfang des 15. Jahrhunderts wurden viele Gebäude am Kloster renoviert und neu errichtet, auch ein neuer Hochaltar wurde gebaut. Mit der Reformationsbewegung im 16. Jahrhundert und besonders mit dem Truch-Sersischen Krieg brachen schwere Zeiten für das Kloster an. Der Bücherbestand der Bibliothek, die sich aus dem Skriptorium des 12. Jahrhunderts entwickelt hatte, scheint bereits damals Einbußen erlitten zu haben. Endgültig aufgelöst wurde er 1803 auf einer Versteigerung. 1580 zog ein Teil der München nach Neuss. Fünf Jahre später gab man das Kloster ganz auf und der Rest siedelte nach Rheinberg über. 1586 wurde ein Großteil des Klosters durch Graf Adolf von Neuenahr und Mosauf dem Berg zerstört. Zwischen 1626 und 1629 wurde am Südhang des Berges der Bau der Fossa-Öignianer vorangetrieben. Erst unter Abt Polinius kehrte ein Teil der Mönche zurück. Der Wiederaufbau begann allerdings erst ab 1683 unter Abt Andreas Holtmann aus Geldern. Mit dem Bau der heutigen Klosterkirche wurde 1685 begonnen. Die Absis ist als einziges noch original von 1410 erhalten. Der Bau entspricht allerdings nicht den Idealvorstellungen des Ordens. Am 19. November 1700 konnte der ganze Konvent wieder einziehen. Unter Abt Wilhelm North aus Rheinberg wurden eine neue Orgel gebaut, die Schulden getilgt und neue Güter gekauft. Auch die Marienkapelle im Norden der Kirche wurde zu dieser Zeit errichtet. Im Niederrheingebiet existiert mit der Gnadenkapelle in Kevela nur ein vergleichbarer Bau. Am 15. Juli 1714 besuchte Friedrich Wilhelm I. von Preußen die Abtei. Der König war damals in Mus zu Besuch und machte auf dem Weg nach Geldern einen Abstecher nach Kamp. Damals gab es nur eine Straße zwischen diesen beiden Orten. Auf Bitten des Prius erließ der König bei diesem Besuch die Akzisen für dieses Kloster. Auch einige schön geformte Weingläser mit keichartiger Form und ein graviertem preußischen Adler wurden der Abtei bei diesem Besuch geschenkt. Letzte Blütezeit unter Abt Franziskus Daniels aus Krevenbräuch brach für das Kloster die letzte Blütezeit an. Er ließ den heute noch bekannten Terrassengarten errichten, der als reiner Obst- und Gemüsegarten genutzt wurde. Die Terrassierung erfolgte dabei nach italienischer, die Ausfüllung der Flächen nach französischer Mode. Für die Wasserspiele im Garten wurde das Gefälle des Berges ausgenutzt. Der Wasserspeicher dafür befand sich unter dem Südturm der Klosterkirche. Abt Daniels ließ ebenfalls noch eine Prälatur direkt neben der Klosterkirche bauen. Bei Kamp kam es während des Siebenjährigen Krieges am 12. Juni 1758 zum Sieg Ferdinands von Braunschweig über die Franzosen unter Graf Clermont und am 16. Oktober 1760 in der Schlacht bei Klosterkampen zum Sieg der Franzosen unter Marquise de Castries über Ferdinand. Nachdem 1789 in Frankreich die Revolution ausgebrochen war, konnte 1794 der linke Niederrhein von den französischen Armeen besetzt werden. Am 6. August 1802 wurde von den Kommissaren Lépine und Thibault die Säkularisation des Klosters verkündet. Alle beweglichen und unbeweglichen Güter wurden konfisziert. Allein die Kirche und die für den Gottesdienst benötigten Gegenstände waren davon ausgenommen. Die letzten Mönche verließen das Kloster. Am 10. August 1803-1807 wurde das Kloster nach einer Versteigerung in Aachen von sechs Kaufleuten erworben. Die Gebäude wurden abgerissen oder umgebaut. Das Land des Ordens ging durch die Abschaffung der Feudalrechte durch Frankreich an die Bauern über, die es bisher nur erblich nutzen durften. Auf dem Wiener Kongress wurde Kamp Teil der preußischen Provinz Rheinland. Zwischen 1802 und 1954 wurde die ehemalige Klosterkirche von der Gemeinde als Pfarrkirche genutzt. Am 27. Mai zog ein Konvent der Kameliter in das Kloster ein und waren als Seelsorger und Lehrer an den Schulen der Stadt tätig. 2002 wurde aber auch dieser Konvent aufgelöst und die Ordensleute zogen bis auf einen in die Niederlande zurück. 1738 soll Kronprinz Friedrich von Preußen von Straßburg zum Schloss Muelland bei Kleve gefahren sein, um sich dort mit Volte zu treffen. Auf dem Weg fuhr er am Kampaterrassengarten vorbei und entwarf daraufhin den Plan von Sanzosse. Friedrich Wilhelm I. von Preußen war in diesem Jahr wohl ein zweites Mal am Kloster vorbeigekommen. Von einem erneuten Aufenthalt im Kloster ist allerdings nichts bekannt. Heute im Kloster ist seit 2003 ein geistliches und kulturelles Zentrum eingerichtet. Dort finden Besinnungstage und Kontemplation statt. In der Abteikirche wird jeden Sonntag um 17 Uhr die Klosterfestbar gebetet. Im Rokoko-Saal werden kulturelle Veranstaltungen wie die Kampa-Konzerte, Kammermusik, Lesungen, Abende für Genießer und das Kammermusikfest angeboten. Kunstausstellungen und Führungen können besucht werden. Das Klostergebäude wurde 2003 und 2009 umfangreich renoviert. Ein Klostercafé im ehemaligen Refektorium und ein Klosterladen in der ehemaligen Rekreation laden zum Verweilen ein. In einer der beiden Orangerien der Klosteranlage finden im Sommer Kunstausstellungen statt. Auf dem Abteiplatz vor der Klosterkirche sind noch einige Gebäude erhalten, die in der letzten Blütezeit des Klosters entstanden sind. Im Agatha-Stift befindet sich das Museum Klosterkamp, in dem viele Gegenstände aus der Geschichte des Klosters ausgestellt sind. Kostbarstes Ausstellungsstück ist das Kampa Antipendium, ein alter Vorhang aus dem 14. Jahrhundert.